In diesem Video ziehen wir uns unsere Handschuhe aus. Mein Name ist Jana, ich bin Tanzpädagogin, Burlesque-Künstlerin und Bauchtanzlehrerin und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir kleine Burlesque-Choreografien zum Mitmachen. Wenn dich das interessiert, dann abonniere gerne meinen Kanal. Genau und heute im heutigen Video ziehen wir uns unsere Handschuhe aus. Das heißt, ich tanze dir wieder eine kleine Choreografie vor, dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt und ganz am Schluss tanzen wir sie gemeinsam. Und solche Handschuhe bekommst du wirklich überall bei größeren Online-Versandhäusern und es gibt sie in allen erdenklichen Farben und die sind auch gar nicht so teuer. Also wie gesagt, wenn du gerne solche Handschuhe möchtest, dann schau dort gerne einmal nach. Und jetzt geht es los mit unserer kleinen Choreografie. Bis zum nächsten Mal. 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 So das ist die kleine Tanzkombination für unser heutiges Video. Ich ziehe mir jetzt meine Handschuhe wieder an und erkläre dir diese Kombination Schritt für Schritt. So, okay. Los geht es mit Teil Nummer 1 unserer Choreografie, nämlich der Pose. Und für diese Pose drehen wir uns jetzt einmal um und stellen uns elegant hin, Hand in die Hüfte und jetzt wackeln wir einfach mal so drei, vier Mal mit der Hüfte. Mach das so, wie es für dich sich gut anfühlt und wie es für dich zu deiner Musik passt. Genau, also eins, zwei, drei, vier. Als nächstes nimmst du beide Arme gleichzeitig nach oben. Wenn du deine Arme nach oben nimmst, nimm sie wirklich den ganzen Weg von unten an. Ja, also fang nicht hier in der Mitte irgendwo an, sondern fang wirklich von unten an, deine Arme hochzunehmen. Und während du deine Arme hochnimmst, lass die Schultern unten. Ja, also Arm hoch, Schultern unten. Ja, nicht so nach oben ziehen, sondern Schultern unten lassen. Genau. Jetzt nochmal, wir machen das jetzt für unsere Choreografie mit beiden Armen gleichzeitig. Also. Und diese Position hältst du jetzt für circa zwei Sekunden und dann beginnst du mit deinem rechten Arm, beziehungsweise mit deiner rechten Hand über deinen linken Arm zu streicheln. Und jetzt linke Hand über den rechten Arm. Arme nach unten. Und umdrehen. Genau. Ja, alles, was du hier tust, ist wirklich, ja, macht es ganz genüsslich für dich. Ja, ich gebe dir hier Inspirationen. Du kannst wirklich die kleine Tanzkombinationen dir hier komplett zu eigen machen und das wirklich so tanzen, wie sich das für dich gut anfühlt. Ja? Also denk nicht so sehr daran, wie das jetzt aussieht oder oh Gott, oh Gott, was würde jetzt hier mein Arbeitskollege denken, wenn der mich so sehen könnte. Nein, überhaupt nicht. Lass wirklich mal diese Gedanken alle komplett los und mach das nur für dich. Genau. Das war Teil Nummer eins. Die Pose. Als nächstes, ja, wir haben uns jetzt umgedreht und stehen so da. Ja, dann nimmst du deine Hände in die Hüften und wackelst jetzt nochmal drei, vier Mal, je nachdem, wie das passt, wie sich das gut anfühlt für dich, je nachdem, zu welcher Musik du das tanzen möchtest. Als nächstes laufen wir drei Schritte nach vorne. Dafür strecken wir jetzt dieses Bein, ja, was jetzt unbelastet ist, ja, wo jetzt fast gar kein Gewicht drauf ist. Einmal nach außen, Schritt nach vorne. Jetzt das andere Bein. Streck nach außen, Schritt nach vor. Streck nach außen, Schritt nach vor. Ich mache das hier dreimal, wie gesagt, es ist ganz deine Choreografie. Ja, du kannst es auch öfter machen oder weniger, je nachdem, wie sich das gut anfühlt für dich. Und jetzt ziehen wir unseren ersten Handschuh aus. Und dafür präsentierst du jetzt einmal diesen Handschuh in einer großen Bewegung. Nimmst ihn vor deinen Körper, nicht zu hoch und auch nicht zu tief. Und mach wirklich hier deinen Arm elegant, also hier nicht müh, sondern wirklich elegant. Mit der anderen Hand ziehst du jetzt Finger für Finger deinen Handschuh aus. So, jetzt ziehen. Damit dir der Handschuh nicht einfach so unkontrolliert vom Arm fällt, öffnest du jetzt im Handschuh einmal deine Finger. Damit kannst du den Handschuh besser kontrollieren. So, zieh, 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 zieh. Spannung. Bum, verabschiede dich von deinem Handschuh und wirf ihn weg. Wenn du ihn weg wirfst, wirf ihn wirklich weg, damit du da nicht noch drauf trittst. Ja, genau. Und jetzt hast du hier schon diesen Arm nach oben. Ich gehe nochmal einen halben Schritt nach hinten. Genau, also du hast jetzt hier deinen Arm schon oben. Und ziehst jetzt diesen Handschuh aus. Dafür präsentierst du wieder deinen Handschuh, indem du einmal mit deiner anderen Hand drüber streichelst. Jetzt gehst du mit deinen Daumen in den Handschuh und ziehst ihn aus. Wichtig ist wirklich, dass du deine Finger hier elegant und gestreckt lässt. Ja, also nicht hier, sondern wirklich elegante Finger, schöne Pose, lächeln. Ausziehen, verabschieden, wegwerfen, Schlusspose. Genau, das ist die kleine Tanzchoreografie für das heutige Video. Wenn sie dir gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Das freut mich sehr. Und wenn du Wünsche hast, was ich hier gerne auch mal zeigen oder drehen soll auf meinem Kanal, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich ziehe mir jetzt die Handschuhe nochmal an und wir tanzen nochmal die kleine Kombination gemeinsam. Gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.